Hallo? Will ich auf mich schießen? Hallo? Also... ...dafür, dass das so eine tolle, große Organisation ist und die hier so die krasse Technologie haben... ...hätten sie das ja mal wieder aufbauen können, oder? Ja! Aber vielleicht wollten sie das ja gar nicht. Vielleicht wollen sie ja einfach nur ihren... ...komischen Turm da, den da. Und der Rest ist denen egal. Ah ja. Achso, von dort. Oh, da sind sogar mehrere Türme. Hallo? Ja, das war nix. Irgendwo gab's Granaten. Nicht wahr? Hab ich echt schon so viele weggeschmissen? Ich hab doch... ...eigentlich... ...hier das aufgefüllt. Fünf. Fünf. Ich hab dann hier und hier mal fünf da reingeschmissen. Achso! Weil ich hier zwei Dreier... ...weggeschmissen hab. Achso. Alles klar. Ja gut. Wenn man's dann nicht auffüllt, ne? Okay. Wenn man's dann nicht auffüllt, ne? Okay. Wie viel die dabei haben muss. Ich hätt' natürlich jetzt noch... ...eine Granate mehr wiederholen können. Aber wegen der einen. Wobei am Ende renne ich dann wieder zurück. Weil ich hier... ...zu große Blinze bin. Obwohl... ...ja, könnte es eventuell auch welche geben. Mal gucken. Hä? Doch. Ah, es waren sogar zwei. Achja. Die erste hab' ich glaub' ich daneben geworfen. Ah, ein zweiter Medi... ...äh... ...dingens. Noch einer für mich. Aber... ...wo ist'n jetzt unser zweiter... ...Medi-Typ hin? Wir waren... ...wir waren gerade... ...waren wir zu viert. Was soll'n die Scheiße? Wo ist'n hier... ...Sanitäter? Kommst du mit? Bitte? Danke. Danke. Und jetzt stirbt einer. Ah, ihr seid doof. Ihr seid alle doof. Geht mal weg, Mann! Mäh. 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 Boah. Gibt's da jetzt nicht. Hier ist'n Medikit. Das müsste man ja fast rausschneiden. Ist ja... ...ist ja schon fast peinlich. Hallo? Wollt' mir nicht irgendein Medikit geben? Hier ist'n Medikit. Danke. Könnt' ich, äh... ...vielleicht noch eins haben? Konnt' irgendjemand? Von euch? Von hier? Dankeschön. Eigentlich müsste ich... Jetzt müsste ich tatsächlich noch mal runter und hier... ...granaten holen. Wir müssen drei Generatoren ausschalten. Der hier ist der erste. Oh. Ist, äh... Ja. Komisch. Generator, ne? Oh Mann. Überwachung auf'n Dach. Genau da wollen wir hin. Auf'n Dach. Genau da wollen wir hin. Tja. Was erwartet der hier in so'n Combine-Gedöns? Ja. Ich hab' keine Granaten mehr. Scheiße. Eigentlich müsste ich wieder zurück. Könnt' ich auch sowaschen nehmen. Da muss was Tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Hol's dir, Doc. Ich bleibe, bis du's ausschaltest. Vorsichtig. Naja, er hat nicht viel Zeit. Töpfer! Zu schade. Au! Hier, nimm das Medikit! Hier, flieg dich zusammen! Hier ist ein Medikit! Also... Ja, das war's dann mit meiner... Äh... Mit meiner Rüstung. Wenn ich jetzt hier durchgehe... Oh! Cool, danke! Danke, Leute! Seid spitze! Ähm... Achso, hier sind wir. Hab' ich nicht... Naja... Äh... Ne... Moment! Stopp! Geht... Sorry! Bani! Ist nicht... C... Und los! Ja... Interessiert... Doch interessiert ihn. So... Wovon das... Das war... Das war... Hier? Äh... Ne, interessiert Bani nicht. Okay. Ah shit! Ich komm' nicht mehr zurück! Ja... Sorry, Doc. Achso, du hast die Tür zugemacht, ja. Find' ich nicht gut. Ich muss mal ganz kurz gucken. Kampf... Äh... Einheiten schicken, zurückrufen. Achso. Ja, interessiert ihr anscheinend alle nicht. Meine Befehle. Oder ich bin zu weit weggegangen. Kann auch sein. Tja, was macht man da? Mit diesem Geschützturm. Ach jo. Den hab ich gar nicht gesehen. Das letzte Mal. Also entweder ich warte... Nur noch zwei Generatoren. Äh... Nicht warten. Wieso warten? Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Überwachung auf dem Dach. Genau da wollen wir hin. Mit... mit... den hier. Wie ich das jetzt mache? Weil theoretisch müsste ich ja hier lang. weg. Hier könnte ich rein. Ich hab's gefühlt... Sie bringt... Ich brauch' zwar Granaten, aber nicht so dringend. Ja, scheiße. Da sind zwei weg. Vor allem der... Der eine Medi-Mensch. Es ist schade. Ganz genau. Ja, ich hätte natürlich noch mal neu laden können. Ah, es ist zu! Das ist ja... Das ist ja blöd. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, die haben mich da geblockt. Äh... Hm. Mann, da muss was tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Wo ist hier? Das geht gar nicht kaputt? Oder was? Ist das scheiße? Wie... Wie mach ich denn das dann? Da muss was tolles drin sein, wenn es so verteidigt wird. Wo ist hier, Doc? Ich glaube, bis du's ausschaltest. Vorsichtig! Ah, von da oben. Ach so! Wo ist hier, Doc? Ich glaube, bis du's ausschaltest. Vorsichtig! Das ist ja vielleicht anders gedacht. Ja. Okay. Nichts mit Ballern diesmal. Okay, dafür Ballern. Und die anderen. Es, äh... War was anderes. Weil bisher war es auch eher... Alles eigentlich nur Ballern. Oh, shit! Ja, hier haben sie einen toten Winkel. Also da hätten sie da oder da noch einen oder den nach dort. Geht... Geht das jetzt wieder aus? Oder habe ich... Äh... Die Arschkarte jetzt. Es wäre ja blöd. Aber das ist blöd. Naja. Dann... Muss man es halt nochmal neu machen. Wobei, nicht ganz neu. Wir sind ja... Ich bin ja bis hier hin gekommen. Da muss man weg. Hier geht's nicht lang. Aber vorhin das Ding konnte man kaputt machen. Ich meine, das war wahrscheinlich nur eine... Eine Kamera oder so. Tolles Bild. Aber wenn ich mir das schnappe und hier reinschmeiße, dann... Habe ich ja wieder... Eigentlich dasselbe Problem, oder? Obwohl... Vielleicht kann man es unterbrechen. Weiß ich nicht. Ich muss ja jetzt eigentlich nur noch... Hier irgendwie durch. Da haben sie natürlich relativ schlau gemacht. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt einfach hier durch. So. Schwupp. Durchkrabbeln. Aber geht natürlich nicht. Ich speichere mal hier eben. Und probiere das mal. Äh... Hallo? Jetzt. Was? Nee, okay. Klappt nicht ganz. Also klappt gar nicht. Schade. Wie... Wie komme ich denn da jetzt weiter? Ich kann hier hingehen, aber... Was nützt mir das? Na ja. Hä? Ach von da. Ja... Tja... Naja... Ich meine, hier ist ja ein Knopf. Ich hab ja eh von hier gespeichert. Na, der will den Knopf nicht drücken. Kann man den gar nicht drücken? Ja gut, das sieht schon bisschen eng aus. Da kommt man glaube ich nicht durch. Ja, der könnte ja, wenn er nicht so ungelenkt wäre, könnte er ja hier drauf, da drauf und dann da so rüber. Also vielleicht ist das auch der Plan. Aber ich... Ich krieg's halt nicht hin. Hallo, das... Ja, ich seh schon, das wird eine echt spannende Folge. Oh, dann muss ich hier... Nee. Juck. Oha, das war ja... bisschen risky. Wenn ich jetzt... Nee, hier kann ich nicht einmal drunter durch. Aha. Ist einfach nur der Weg zurück dann. Aha. Nein. Boah, hast du mich erschreckt, Mann. Ja, nun... Hat's ja jetzt nicht wirklich so stark gebracht, oder? Und was hier... Irgendwas geheimnis. Wollen wir hier schon? Nee, ne? Ah. Geht mal alle wieder raus. Nee, ihr folgt mir. Aber ihr bleibt mal schön draußen. Wer ist gar nicht, ob das... Die anderen auch verletzt, oder nur... Und eventuell auch mich, oder ob die hier halt nichts machen. Äh, okay. Leute! Wollte grad sagen, der eine... Der eine ist ja... Ist ja nur... Also nur verletzt. Kann ich auch. Aber... Ja, das war anscheinend der... Der... Sanitäter. Und der kann sich wohl nicht selber heilen. Oder hatte keine Zeit, um sich selber zu heilen. Schade. Jetzt haben wir wieder niemanden mehr. Ach na, dann... Mussten wir ja hier lang für den Generator. Nice. Die ist alle gebrochen. Ich muss mal wissen, was hier immer so rumrumpelt. Tja, vielleicht hätten sie hier auch noch... So ein... Schild hinmachen sollen. Da wäre man hier nämlich nicht lang gekommen. Behaupte ich jetzt mal. Ich hör doch da wen. Hm. Scheinbar niemanden erwischt. Gut. Mensch. Ich würde hier mal in Ruhe die Kiste mir holen. Schön gegenfahren ist. Und eingeschlossen. Was? Die Treppe gar nicht? Oh. So wollte ich jetzt nicht machen. Zack. Nö. Ich hab... hier nicht mehr viel Munition. Mensch. Was rennen die hier so rum? Guck mal hier. Was ist mit dem? Oder kommt er damit nicht zurecht, weil wir hier eingeschlossen sind und der nicht zu uns kommt halt. Was best... Ah. Versuch's mal mit den Springern. Mit den Springern. Ja. Den einen hab ich kaputt gemacht. Stell ihn fallen, Gordon. Hab ich doch schon, Mann. Müsste auch gut klappen eigentlich. Mal kurz speichern. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig gespeichert jetzt. Ja. Hat jetzt nicht so viel... Weiß nicht so wirkensvoll, wie ich mir das erhofft hatte. Hä? Habe ich mir eben eine Granate geschmisst? Habe ich mir eben eine Granate geschmisst? Hier. Ich hatte die Granate. Hat irgendwie nicht viel gemacht. Oder? Die ist... Irgendwo hinge... eingeschlagen, wo sie nicht hätte hinsoll. Ist mir echt jetzt hier lang? Ja. 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 Ausbildung. Da. Ja. Ja.